hallo ich hatte mir mal lange weile gehabt und da ging ich doch glatt mein strahler in der garage kaputt und er hat dieses typische wetterleuchten ich werde das mal kurz zeigen wenn man da strom drauf gibt und dann flimmert der so ganz toll also ist ein zeichen dass irgendeine led darauf kaputt ist wie findest du das jetzt raus man kann man erst mal gucken aber einfacher ist es wenn man her geht und nimmt so ein led tester von ev kann man sich selber zusammenbauen ich weiß gar nicht was der kostet also wurscht jetzt led tester an nimmt sich zwei von diesen messnadeln und guckt einfach mal was los ist und das sieht man schon sind immer drei stück aneinander die funktionieren so habe ich da mal durchgeguckt habe ich festgestellt dass die reihe nicht geht und hat man diese oberfläche weg und da sieht man dass ein ganz kleiner schwarzer punkt da drauf ist ich versuchte mal rein zu suchen hier drauf ist ein ganz kleiner schwarzer punkt hier die werde ich jetzt mal auslöten ich habe mir neue bestellt mit der passenden stärke und so weiter und wer den mal drauf löten und dann gucken wie das funktioniert ich hoffe nur dass der händler mir nicht neutral weiß geschickt hat aber das sieht schon so aus und ich habe kalt weiß drin naja die eine macht die fette also ich mache das jetzt mal das jetzt mal aus und dann schauen wir uns das mal an ob das funktioniert ok geht gleich weiter so jetzt geht sie versprochen weiter ich habe jetzt alle leds dran die leuchten ich habe jetzt mal so eine scheibe davor dass man sieht dass alle leds gehen das funktioniert alles bewegungsmeld habe ich auch eingestellt ich gehe mal ein stückchen weg dass das funkt dass man sieht wie das funktioniert so und lampe funktioniert noch mal kurz zur zur sichtung da lampe funktioniert wieder led getauscht ich habe noch ein 10er pack da davon also ich kann noch mal zehn lampen reparieren oder vielleicht nur zwei oder eine je nachdem wie viele leds kaputt sind ich wollte damit nur mal zeigen wie einfach es eigentlich ist sowas zu reparieren ohne es gleich komplett wegzuwerfen oder einfach wegzuschmeißen ich habe jetzt für die zehn stück vier euro bezahlt ein bisschen messzeug ein bisschen geduld und natürlich vorsicht 220 volt immer stecker raus machen und nicht reingreifen und so weiter und so weiter dass man halt nicht da noch sich verletzt mit dem strom also äußerste vorsicht so das war es wieder mal ich hoffe dass die langeweile mich nicht zu euch übermannt bis zum nächsten kleinen langeweile projekt ok tschüss